Es ist alles um Humanity. Wir haben hier von David noch mal neue Raketen. Zwar die Silberraketen. Hier steht auch gleich noch der Preis drauf. 23 Euro. Wir haben hier 13 Raketen vom Funke. Das würde ich mal sagen. Wir bauen sie auf und dann zünden wir hintereinander weg. Das sind ja alles die gleiche Größe. Dann sehen wir uns gleich zur Zündung. So Freunde man merkt es wird schon dunkler. Wir haben die jetzt hier alle so eingepackt. Eine ist leider schon abgebrochen. Also können wir die dann nicht zünden. Und ja. Da würde ich mal sagen. Was sinds da einfach los. Jetzt haben wir hier eine hellblaue Kappe. Die etwas größere davon. Eine Silberrakete. Ah ne sind alles Silberrakete. Die mit der blauen Kappe. Ach das brauche ich euch eigentlich sagen. Wir sehen sehr viel. Ui. Riesenausbreite. Eine kleine mit einer grünen Kappe. Eine kleine mit einer grünen Kappe. Eine kleine mit einer silbernen Kappe. Ja. Groß mit Lila Kappe. Groß mit Lila Kappe. Groß mit Lila. Schöne Ausbreitung. Schöne Ausbreitung. Schöne Standzeit. So klein mit einer grünen Kappe. Klein Gold. Oh. Oh. Schön lange. So. Groß und schwarz. Groß und schwarz. Ja. Groß und schwarzen. Klein und rot. Klein und rot. Klein und rot. Aber bis jetzt muss ich sagen sind sie sehr schön. Ja. Wenn man so überlegt wie viel waren drin 13 Stück. Na ja 23 Euro. Ja gut aber die habe ich auch recht teuer gekauft. Ich glaube für 90 Euro gibt man die normal. Wenn man sie nicht gerade irgendwo erstens Silvester kauft. So jetzt haben wir kleine und lila Kappe. Klein und lila. Das ist ein sehr schönes Schweiß. Groß und grün. Ich glaube das macht bei dir ja alles keinen Unterschied mit den Farben. Jetzt haben wir einmal angefangen. Ja. Klein und blau. Klein und blau. Ganz genau. Aha. Aber es steht aber lange. Ich glaube das war das Highlight. Groß und schwarzen Silber. Groß und Silber. Und Neon Gelb. Neon Gelb. Groß und Neon Gelb. Die einzige sind Neon Gelb. Ui. Bunte Spitzen Gold. Sehr schön. Ja. Also ich würde sagen das kann man sich ruhig mal gönnen. Schöne Raketen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Ich bin einer Schöne Raketen. Ich bin einer Schöne Raketen. Ich bin einer Schöne Raketen. Wie geht das? Es ist ein Schöne skip. Ja. Ich bin einer Schöne.